Jürgen, Andreas, hallo, hallo Benni, hallo Söhren, Jürgen, Söhren, Söhren, herrlich. Jürgen, ich hab gerade angefangen, ich habe jetzt mal eine schöne Raumkruppe und dort werde ich dann landen. Ich bin einfach jetzt nach oben und dann ist ein abgemähtes Feld und dann gehe ich runter. Hallo ein Acker, hallo. Kannst du rausfahren hier hin, genau. Wenn die Jürgen ist, dann ich ...